Das nennt man dann wohl ein Eigentor. Okay, dann schicken wir diese aufgemotzten Blechdosen mal in die Schrottpresse. Die Gesteinsanalyse zeigt deine Rockets, nicht irdischen Ursprungs. Ich wusste es. Das ist genau die richtige Stelle. Gib schon her! Alles bereit? Klar, Chefin. Schon dabei. Nur noch. Nichts passiert. Ich hab alles unter Kontrolle. Idiot! Was geht da vor? Fertig. Na endlich. Raketenbereit. Ziel anvisieren. Und... Feuer! Was haben wir denn hier? Da! Da drüben! Die Legende, sie ist wahr. Einst, vor langer Zeit, fiel ein glühender Stern vom Himmel und wurde zu Stein. Die Legende besagt, dass sich in diesem Stein ein geheimnisvolles Portal befindet. Ein Tor zu einer fernen Welt, voll von Wundern und unermesslichen Schätzen, beschützt von mächtigen Wächtern der Urzeit. Getrieben von der Gier nach Reichtum und Macht suchen die Menschen seit Jahrhunderten nach diesem Portal, doch niemandem ist es bisher gelungen, es zu finden. Eines Tages wird ein Junge, der Auserwählte, mit der Macht der drei Portalsteine das verborgene Tor öffnen. Das ist die Legende von Dino Rock. Da wären wir, Leute. Die Relic Ranch. Der coolste Schrottplatz, die es gibt. Na endlich, da seid ihr ja. Beeilt euch, bevor Uncle Rob zurückkommt. Auf geht's mit. Seid bloß vorsichtig. Hier fliegen überall diese bescheuerten Drohnen rum. Drohnen? Was für Drohnen? Die von der Comet Corporation. Sie wollen Uncle Rob die Ranch wegnehmen. Was? Aber warum? Deswegen. Das ist es, wonach sie suchen. Energiesteine. Mal schauen, was wir über die Comet Corp finden. Das sind miese Umweltzerstörer. Und die graben überall nach Rohstoffen. Auf der ganzen Welt. Ja und? Und sie sprengen unseren Dino Rock. Ich mag diese Typen nicht. Aber zum Glück sind wir jetzt da, um die Ranch zu retten. Also, wie können wir Uncle Rob helfen? Uns wird schon was einfallen. Da bin ich mir sicher. Wir sind ein Team. Ian ist wie immer unser Anführer. Isla, klar, unser cooles Sportass. Jaden, unser Superbrain. Und Samu, unser Chefstratege. Und du bist der genialste Erfinder ever, Milo. Dann ist unser Team ja komplett. Bleibt nur die Frage, wer bist du? Das ist Caden, unser neuer Praktikant. Hi. Er ist cool. Vertraust du ihm? Klar. Okay. Hilfst du uns, Uncle Rob's Ranch zu retten? Logisch, bin dabei. Willkommen im Team. Okay, Milo, Samu und Isla. Ihr vier übernehmt die Sicherung der Ranch. Checkt die Zäune und die Überwachungssysteme. Hier gibt's Überwachungssysteme? Nice. Alles klar. Aye, aye. Jaden, du suchst online nach allem, was du über diese Comet Corporation finden kannst. Bin schon dabei. Caden, du hilfst ihm, okay? Ich fahr zum Dino Rock und finde heraus, was die vorhaben. Wow, was für gigantische Fußabdrücke. Hier war wohl Bigfoot am Start. Das muss ich mir genauer ansehen. Ah, das Baumhaus. Cool. Ich dachte schon, unser altes Hauptquartier wäre längst zusammengekratzt. Hä? Wo ist die Spur hin? Was war das? Wow. Die ist sie weg hier. Nicht gut. Gar nicht gut. Oh, Mist. Ein T-T-T-T-Rex. Die Wächter der Uhrzeit. Wenn es sie gibt, dann gibt es auch das Portal. Und den Auserwählten. Nun, so eine Riesenechse kann sich in der Wüste ja nicht in Sand auflösen. Also, mach die Suchdrohne bereit. Ähm, sofort. Okay. Suchdrohne bereit und... Go! Das wird ein Kinderspiel. Das kann nicht echt sein. Ich träume nur. Aufwachen, Ian. Wach... auf! Oh, verdammt. Der ist echt. Wenn du mich beißt, dann beiß ich zurück. Hä? Hey. Wow. Abgefahren. Wie machst du das? Fühlt sich echt schräg an. Hey, wo kommst du her? Du willst mich gar nicht fressen, oder? Tja, das glaubt mir sicher niemand. Ja, ab. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Was. ặt Jerusalemaska whoiten sichgasse Fridays-Sommes Сегодня. Du bist. Du bist.